Wir starten mit einem wunderbaren Tour und die bitte ich jetzt auf die Bühne. Zwei Damen, überhaupt muss ich sagen, insbesondere die Jazz-Szene in Österreich ist stark feminin. Es hat sich deutlich geändert, sehr zum Wohle dieser Szene, muss man sagen. Sie hören das Duo Hofmaninger-Schwarz und die spielen aus ihrem aktuellen Programm, das sie Rü nennen. Lisa Hofmaninger und Judith Schwarz, viel Vergnügen. Vielen Dank. 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 Wir sind das Duo Hofmaninger-Schwarz. Vielen Dank. 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 ... ist am Laufband. Sie ist inspiriert von einem riesen Laufband, was auf der Bühne beim Stück Mephisto, das im Burgtheater läuft, wo Judith eben den musikalischen Part übernommen hat. Ja, wo dieses riesen Laufband einfach auf der Bühne steht und quasi das Hauptmotiv ist. Und um dieses Laufband dreht sich das letzte Stück. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018